Zurück in Dubai, zurück im sandigen Kriegsgebiet. Wir suchen immer noch nach Herrn Gould. Neu ein riesen Massengrab, gar nicht schön. Hier scheint aber noch irgendwo einer zu leben. Mehrere sogar. Oh Mann, was ist denn jetzt los? Phosphor. Soldaten vor uns. Scheiße, das ist schwerer. Er will nicht unfall. Einer ohne Deckung legt ihn um. Okay, scheinbar ist vor uns eine Phosphorbombe explodiert. Die hat zur Folge gehabt, dass irgendwie alle gerade hier verbrannt wurden. Er ist eine Botschaft an die Überlebenden. Legt euch nicht mit uns an. Was für Überlebende? Sie sagen, Sie sprechen für diese Leute, Agent Gould. Beweisen Sie mir, dass es so ist. Nein, ich hab nichts getan. Oh Mist. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich es für einen Narren halten oder Lebensmittel. Ich meine, wenn jemand das Gate frontal angreift. Ich glaube, Ihr kleiner Angriff war nur ein Ablenkungsmanöver, um Ihrem Partner Agent Riggs zu helfen. Sagen Sie mir, wo er ist. Okay, der Nächste. Langsam. Wir müssen das Treffer angehen. Okay. Gould ist da und ich hab freie Sicht. Wenn wir jetzt feuern, sterben diese Zivilisten. Bedeutet dir das nichts? Was für Arschlöcher. Ich schalte ihn aus. Harte den Befehl ab. Du übernimmst den Rest. Ja, Sir. Immer nachschweigsam, Agent. Wenn Sie kapieren würden, was Sie diesen Menschen angetan haben. Bringt ihn her. Walker, hier drüben. Wir müssen die Zivilisten retten. Das ist unsere Chance, Walker. Wir haben freie Bahn zu Gould. Was ist mit den Zivilisten? Wir müssen sie retten. Ich weiß, es ist zum Kotzen, aber Gould ist wichtig für unsere Mission. Die Zivilisten nicht. Unsere Mission heißt Menschen retten. Bitte, Captain. Wir brauchen Gould. Lass mich schießen. Wir dürfen diese Menschen nicht sterben lassen, Walker. Du weißt, dass ich Recht habe. Fangt an. Schnell in Deckung scheinen Scharfschützen zu sein. Du gehst mir nicht an das Maschinenbewerb, Kumpel. Gar nichts mehr an Munition. Ganz schlecht. Wir haben auf jeden Fall wenigstens ein paar Kugeln. Scheiße, was ist denn das für ein Typ? Wir brauchen irgendwo Munition her. Wahrscheinlich müssen wir erstmal die Pistole wechseln. Er lebt immer noch, natürlich. Okay, anscheinend haben wir ihn. Verdammt. Maschinengewehr her und Feuer. Boah, jetzt auch noch Nachladen. Machen wir das doch so. Machen wir das doch so. Ich brauche eine Blundkranate. Zeit ohne Deckung. Einer weniger. Ziel am Boden. Ich bin unterwegs. Ich glaube, das machen alle. Adams, Walker. Hierher, Beeilung. Okay, scheint es geschafft zu haben. Wir haben auf jeden Fall genug Munition, behalten wir doch einfach mal die Saw. Oh. Was ist passiert? Was ist passiert? Die Atmung hat ausgesetzt. Der Sand. Du stirbst mir nicht, Mann. Du musst dich für deinen Scheiß verantworten. Komm schon. Hör auf, Mann. Hör auf, Mann. Er ist tot. Scheiße. 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 Was ist das? Eine Karte. Ich schätze Goulds Einsatzplan. Das ist das Gate, von dem die Rede war. Na und? Ich war sogar bereit dafür zu sterben, Lugo. Ich finde, das bedeutet ziemlich viel. Konnten wir ihn letztendlich leider doch nicht retten. Verdammter Mist. Wir sind hier auf dem Präsentierteller, Walker. Okay, vorwärts. Bewegung. Wirklich viel Munition haben wir hier für dieses Teil auch nicht mehr. Ich kann nur hoffen, dass hier irgendwo nochmal welche rumliegt. Wo haben wir denn die ganzen Freunde? Die sind anscheinend auch alle, die spawnen. So ein Mist aber auch. Naja, gut. Gucken wir uns weiter um. Irgendwo werden wir schon Munition finden. Ansonsten haben wir auf jeden Fall nochmal eine Pistole. Schluss jetzt. Kommt. 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 trinken müssen. Ich hätte, glaube ich, schon 10 Liter weggesoffen bei der Hilfe. Er hat die meine gewackelt, dass ihm sofort die Stirn aufplatzt. Meine Güte. Gut. Also dann weiter. Okay. Wir hoffen einfach mal, dass sich die Differenzen von unseren Kameraden nicht weiter auswirken. Da danach. Warum lass den Mut nicht sinken. Agent Riggs und die Männer der Delta Force, sie sind die nicht. Das muss dieses Gericht sein. Adams, kümmere dich um die Wache. Bleib dabei. Lovegood, Wichser. Oh Mann. Wer ist unser Gegner? Eine Armee. Allerdings. Wie kommen wir da durch? Das könnte helfen. Okay, mach's klar. Verdammt, was ist das denn? Das ist wohl ein Witz, oder? Das ist weißer Phosphor. Ich weiß, was das ist. Ihr wisst, was das Zeug anrichtet. Das können wir nicht tun. Wir haben vielleicht keine Wahl, Lugo. Man hat immer eine Wahl. Nein. Haben wir nicht. Du Zielstalker. Wir feuern. Okay. Tun wir das. Okay. Bereit zum Feuern. Ist das ein Befehl? Ja, ist es. Gut. Starte Kamera. Kamera online, Sir. Zielerfassung online. Bereit? Hier werden wir soweit. Feuer. Bereit zum Feuer. Wie können wir denn die Maus hier... Ah ja, so kann das bewegen. Feuer auf mein Zimmer. Bereit. Ja. RPGs neutralisieren. Ach schon. Bereit. Ja. Wir wussten, können die Sprache es. Heiz wie leim. Bereit. Ja. Feuer. Feuer. Heiz wie leim. Oh man, das Ding ist bestimmt nicht die Hölle. Feuer. 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 Heiz wie leim. Oh, sie sind zu weit gefahren. Dazwischen. Bereit, Sir. Heiz hinein. Heiz hinein. Heiz hinein. Noch welche hier. Bereit zum Feuer. Hammer. Hammer ausgeschaltet. Boah. Okay, wir haben anscheinend das ganze Gebiet in absoluten Todeshaufen verwandelt. Damit ändert uns dieser Part. Schaltet gleich im nächsten wieder ein, wenn wir in das eben beschossene Beat vorrücken.